Drei von vier Europäerinnen und Europäern wohnen in der Stadt. Die Tendenz steigend. Damit steigen auch die Probleme. Es gibt immer weniger Platz, die Verkehrssysteme kollabieren und Wohnräume werden teurer. Diesem Trend entgegenzuwirken ist die Aufgabe von Civitas Eccentric. Das EU-Projekt widmet sich vor allem den städtischen Randbereichen und entwickelt dort Lösungen für ein zukunftsfähiges Wohnen mit einer stadtverträglichen Mobilität. Unter dem Leitsatz Mobilität neu denken verknüpft Eccentric München eigene Initiativen und bekannte Angebote zu elf unterschiedlichen Maßnahmen. So profitieren die Bürgerinnen und Bürger von völlig neuen Möglichkeiten, ihren Alltag komfortabler und effizienter zu gestalten. Eine dieser Maßnahmen ist das Intergenerationenprojekt Transfer. Dabei unterrichten Schülerinnen und Schüler Seniorinnen und Senioren darin, mithilfe des Internets und mobiler Dienste ihre Verkehrsmittel bewusst zu wählen und ihre Mobilität nachhaltig zu planen. Durch den Umgang mit neuen Buchungs- und Planungsmöglichkeiten nachhaltiger Verkehrsmittel werden die Teilnehmer motiviert, diese auch aktiv zu nutzen. Somit bekommen nicht nur die Seniorinnen und Senioren die Möglichkeit, sich autark, sicher und einfach fortzubewegen. Auch die Schülerinnen und Schüler erweitern ihre sozialen Kompetenzen durch den Austausch mit der älteren Generation. So profitieren beide Parteien voneinander. Nachhaltige Mobilitätsplanung, die bald schon Realität sein kann. Für jedermann.